Hallo und herzlich willkommen hier bei TipTapTube Hi! Ich bin auch mal dabei Nur Ash ist nicht da Ah, dann überfällt uns gerade hier total Ja, weil ich jetzt hier gerade nämlich ein Video mache, nämlich das 800.000 Abonnenten Special Special, Special Das haben wir vor ein paar Tagen erreicht auf TipTap Das hat uns Basti geschrieben Hast du schon gesehen, ihr habt die 800.000 Abonnenten erreicht? Ich muss ehrlich sagen, ich selber hab da nicht drauf geachtet Ich hab's irgendwann so gesehen Yo, irgendwie sieht das anders aus Ich hab auch nicht drauf geachtet Ich hab übrigens auch als ich jetzt gerade das Video gemacht hab gesehen Weil ich da was einfügen wollte Von 100.000, 200, 300, 400 und dann war Schluss Das hat mir auch gehört Erstmal vorweg, danke auf jeden Fall an jeden von euch Der uns ja uniert hat, wo ist Ash eigentlich? Vielen Dank, genau, dass ihr uns soo Dass wir euch so einigermaßen gut gefallen Ja und vor allem, dass ihr unsere Videos kommentiert Und immer teilt und liked Vielen, vielen Dank genau, dass ihr auch da seid Und unsere Videos mögen Komm, 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 komm Jetzt kommt noch ein kurzer Zusammenschnitt Und jetzt den letzten, wievielen Jahren sind das jetzt? Ewigkeiten? 2012 Danke Das war alles Er ist kein Freund langer Umstände Er macht das kurz So, weiter geht's Oder so ähnlich Also jetzt geht's dann los Habt ihr jetzt gesehen, was ich meinte? Das fehlt ein bisschen was Und zwar 500.000 Und 600.000 700.000 Abonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonnestabonn Bis zum nächsten Mal. 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 Dann haben wir noch ein Päckchen hier bekommen vom lieben Bastian. Ja, von Bastian. Ja, das kommt alles von da. Ich glaube, es ist so ein kleines Zeitziem-Dingspunkt. Das ist doch ganz cool, ne? Wahrscheinlich Fotogrammkarte, schätze ich mal. Wahrscheinlich, genau. Ich brauche noch mal eine Adresse gleich. Ich hoffe, dass die Adresse da ist. Ja, die ist noch da. Okay. Zeitung. Ja, Erfurter Zeitung. Noll. Fußballkarten. Wie, gibt's die schon? Äh, weiß ich nicht. Zwei für Esch. So, ich kann kurz mal zeigen, ja? Ja. Das ist Erfurt. Cool. Demnächst fahren wir da hin. Ja, machen wir. Wohnwagen hinten ran und dann... Machen wir. Soll ich mal vorlesen? Ja, lest mal vor. Ja, machen wir. Ich bin Basti, zwölf Jahre alt, aus Erfurt. Ich liebe... Ne, eure Videos sind echt cool und ich habe immer viel Spaß beim Videoschauen. Ich hoffe, dass ihr noch viele weitere Videos aufnehmt. Bleibt schön gesund. Jede Grüße, Basti. Oh, vielen, vielen Dank, lieber Basti. Grüße, gehen raus. Ja, krass. Papa, hier ist noch was für dich. Dein Erfurt Ortseingangsschild. Boah, das ist ein Schlüsselanhänger. Jetzt lassen wir auf, ich kann zaubern. Achtung jetzt. Obacht, Konzentration auf dieses Schild hier, okay? Okay. Du auch, Marc. Guck da genau hin. Und jetzt. Wow. Habt ihr das gesehen? Krass, du kannst zaubern. Nee. Das hier ist für Mama. Ja. Oh, ist wunderschön. Dankeschön, auch in Grau. Mama. Das finde ich cool. Ich glaube, das wäre dann auch alles auch schon. Und damit würde ich sagen... Dankeschön, Basti. An Basti. Das ist von Noah. Gemalt. Steht drauf. Noah. Sechs. Das hier gemalt. Wahrscheinlich sein Bruder, schätze ich mal. Liebe Grüße, gerne für mich raus. Neffe. 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 Ach, Neffe. Ach, ist okay. Oh, guck mal, Ash ist ganz genau aufgepasst. Ja, ist aufgepasst. Also, ich sage vielen Dank einmal Basti und Noah. Und generell danke an jeden, der uns hier abonniert hat. Ich würde sagen... Ich würde sagen, ich habe noch einen Schlüsselanhänger gepackt. Und ich habe hier eine schöne Deko. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich tierisch. Und Fußballkarten. Und Fußballkarten, guck mal. Und das passt perfekt bei mir hier jetzt rein. Auf jeden Fall. Prima. Ich freue mich drauf. Ich weiß nicht, welche gut ist, aber die glitzert. Krass. Glitzert ist bestimmt gut. Ja. Also, damit würde ich sagen... Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten 100.000 Abos werfen. Das ist in 100 Jahren. Ja. So, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Abos, abos, abos. Abos, 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 abos.